Mit der M0 Monitor TV-Serie, bestehend aus Modellen mit 19, 20 und 23 Zoll Bildschirmdiagonale, bietet Acer modernste HD-Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integriertem Hybrid-DVBT bzw. auch mit zusätzlichem DVBC-Tuner an. Der dünne, schwarze Klavierlackrahmen verleiht diesen neuen TV-Monitoren ein schönes, elegantes Design, sodass diese weniger als herkömmlicher Arbeitsplatzmonitor, sondern vielmehr als besonderes Einrichtungsobjekt wahrgenommen werden. Unter dem Display befinden sich die Easy-to-Access-Tasten, welche auch die Input-Taste beinhaltet, die automatisch nach Signalquellen sucht. Kabellos und noch bequemer kann man diese Bildschirme sogar über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Über das intuitive On-Screen-Menü kann zum Beispiel das Eingangssignal ganz leicht ausgewählt werden. Dabei verfügen die Acer M0 Monitor TVs über eine außergewöhnliche Vielzahl von Anschlüssen. So können an den analogen D-Sub- und die beiden digitalen HDMI-Schnittstellen nicht nur mehrere Computer wie der Desktop-PC, das Notebook oder Netbook, sondern auch moderne digitale Unterhaltungsgeräte wie der Acer RevoView Media Player, eine Sony Playstation, der Blu-Ray Player oder der HD-Receiver angeschlossen werden. Über den USB-Port gibt der integrierte Multimedia-Reader sogar Fotos, Musik und Videos von externen USB-Speichermedien wieder. Da die Acer M0 Monitor TVs über einen integrierten Hybrid-DVBT bzw. DVBC-TV-Tuner verfügen, kann sowohl digital terrestrisches als auch digitales Kabel-TV-Programm in HD-Qualität empfangen werden. Über das Common Interface lassen sich mit einem CI-Modul zudem Smartcards auslesen, um selbst verschlüsselte Pay-TV-Angebote nutzen zu können. Der Ton kann dabei in perfekter Qualität über den SP-Div-Ausgang digital an eine Hi-Fi-Anlage übertragen werden. Natürlich können über den SCART und den Composite einsteigen,